Hallo Leute! Herzlich willkommen zu diesem Video auf diesem Kanal. Wir sind hier in der Olga Höhle und jetzt geht's los! Früher war hier ein Steinbruch, dann ist hier einer runtergekommen und hat jetzt gesehen, wenn wir das Steinbruch nicht aufgehalten, würde hier keine Höhle sein. Wir sind in der Olga Höhle und die Olga Höhle war die erste Höhle mit Licht in ganz Deutschland. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Es ist sehr interessant und für den Press und es ist sehr gut erklärt und auch für Kinder. Wir sind zum Schluss des Videos gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir würden uns über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Tschüss!